Überwachungskameras sind somit das beste Mittel, womit man sein Eigentum überwachen und schützen kann. Ich würde aber vom Kauf einer Überwachungskamera abraten, bevor du dieses Video gesehen hast. Es geht heute nämlich um die Fehler, die die meisten Menschen beim Kauf einer Außenüberwachungskamera begehen. Also bleib bitte unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Fehler kennenzulernen und diese nicht selbst zu machen. Wenn ihr auch erfahren wollt, welche Modelle wir aus den drei Preisklassen Einsteiger-, Mittel- und Premiumklasse empfehlen, schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Unter diesem Video haben wir euch dort unsere drei Favoriten verlinkt. Lasst uns nun aber mit dem ersten Fehler loslegen. Dies ist gleich auch der größte Fehler, den die meisten Menschen machen und zwar nicht auf die richtige Stromversorgung zu achten. Außenüberwachungskameras werden entweder mit einer fest verkabelten Stromversorgung, einem Akku oder einem Solarpanel betrieben. Die richtige Stromversorgung ist die, mit der man selbst am besten klarkommt. Technikaffinere Leute können sich beispielsweise für die feste Verkabelung entscheiden, die wir auch immer empfehlen würden. So ist man nicht auf einen langanhaltenden Akku oder das Sonnenlicht angewiesen, um sein Heim zu schützen. Natürlich sind Überwachungskameras mit Akku oder Batterie bzw. mit einem Solarpanel wesentlich leichter zu montieren. Wie gesagt, muss man hier auf die eigenen Fähigkeiten hören. Wir würden wie gesagt zu fest verkabelten Modellen empfehlen, wenn die technischen Fähigkeiten hier vorhanden sind. Der nächste Fehler bezieht sich auf die Speicherungsart. Die häufigsten Speicherungsarten bei Überwachungskameras sind die Speicherung auf einer in der Kamera installierten SD-Karte, über einen Online-Server, eine Cloud oder einen Receiver mit Festplatte. Obwohl die meisten Kameras mit einer SD-Kartenspeicherung arbeiten, würden wir dies nicht unbedingt empfehlen. Diese wird nämlich an der Kamera selbst direkt eingesteckt und kann dadurch, da sie im Außenbereich hängt, sehr leicht entwendet werden. Auch nicht empfehlen würden wir unbedingt Cloud-Modelle, bei denen die Daten auf Cloud-Servern des Herstellers gespeichert werden. Erst einmal besitzt man diese Daten quasi nicht selbst in seinem eigenen Haus. Auf der anderen Seite sind hier meistens Abo-Modelle verbunden, womit nach dem Erwerb der Kamera noch monatliche Zusatzkosten anfallen. Dies übersehen viele Leute beim Kauf einer Kamera, also schaut unbedingt nach, dass hier keine zusätzlichen Abo-Modelle dabei sind, auch wenn beispielsweise 30 oder 90 kostenfreie Testtage angeboten werden. Wir würden immer zur sicheren Speicherung über eine Home-Station raten, wie sie zum Beispiel bei den UFI-Überwachungskameras dabei ist, oder auch über einen Festplattenspeicher, wie man es von größeren Überwachungssystemen kennt. Auch ein FTP-Server mit verschlüsselten Daten ist hier meist eine sichere Wahl. Der nächste Fehler, von dem wir abraten wollen, ist eine Kamera mit schlechter Bildqualität zu erwerben. HD ist meistens nicht mehr ausreichend. Empfehlen würden wir immer mindestens Full-HD, besser Super-HD, also 2K oder sogar 4K. Bei Überwachungskameras, vor allem bei günstigeren Modellen, kommt das Bild oftmals schlechter heraus, als es versprochen wird. Full-HD ist dann vielleicht Full-HD, kann durch einen schwach verbauteten Sensor beispielsweise dann aber trotzdem nicht die hochauflösenden Bilder liefern, die man eigentlich erwartet und auch braucht. Da Bilder von Überwachungskameras oftmals als Beweismittel eingesetzt werden, wenn es dann wirklich mal zu einem Verbrechen kommt, beispielsweise zu einem Einbruch oder einer Sachbeschädigung, dann ist es doch besser, wenn man so viele Details wie möglich erkennen kann. Wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, raten wir hier also eher zu Full-HD, besser 2K oder 4K-Kameras. In der Videobeschreibung haben wir euch hier stark auflösende Modelle verlinkt. Vor allem in der Premium-Klasse findet ihr ein super starkes 4K-Modell mit einem außerordentlich starken Bild. Auch zum Bild gehört der nächste Fehler. Fehler Nummer 4 ist, dass man nicht auf Sichtfeld und Sichtweite achtet. Bei der Sichtweite empfehlen wir mindestens 50 Meter bei Tag und 30 Meter in der Nachtsicht. Am besten ist, dass hier sogar eine farbige Nachtsicht dabei ist. Und beim Sichtfeld empfehlen wir mindestens einen Abdeckungswinkel von 180 Grad in der Horizontale. Hierzu passt auch der nächste Fehler. Fehler Nummer 5 ist es, nur eine Kamera zu kaufen oder eine Kamera ohne Schwenkbarkeit. Viele Leute bestellen sich eine Kamera und fühlen sich dann sicher. Und auch wenn sie einen bestimmten Bereich überwacht haben, gibt es auf ihrem Grundstück vielleicht dennoch viele tote Winkel. Hier empfehlen wir gleich eine Kamera mit Schwenkbarkeit zu holen, die auch eine automatische Bewegungsverfolgung besitzt. Oder eben gleich mehrere Kameras am besten in einem Set zu kaufen, um alle wichtigen Winkel abzudecken. Der nächste Fehler, auf den wir zu sprechen kommen wollen, ist eine Kamera ohne WLAN-Konnektivität zu erwerben. Wir würden immer zu den smarten WLAN-Überwachungskameras raten, die heutzutage auch meistens auf dem Markt angeboten werden. Eine Kamera ohne WLAN-Konnektivität kann keine Echtzeitbilder auf das eigene Smartphone oder den Computer senden. Eine Funktion, die unserer Meinung nach bei den Kameras heutzutage unerlässlich ist. Außerdem lassen sich hier nicht so einfach weitere Kameras in ein System einbinden, außer man hat ein fest installiertes System mit Receiver. Besser ist es natürlich, wenn hier mehrere Kameras über die WLAN-Funktion miteinander verbunden werden können. Außerdem kann man WLAN-Kameras auch meist mit Smart-Home-Systemen wie Google Home oder Alexa verbinden. Dies ist sehr praktisch, wenn ein zum Beispiel der Google Home oder Alexa-Lautsprecher über eine Bewegung im überwachten Bereich informieren kann. Der vorletzte Fehler ist also, nicht auf eine gute Konnektivität zu achten. Der letzte Fehler, den wir auch sehr, sehr häufig beobachten, ist, dass die Leute China-Schrott bestellen. Nur weil die Kamera 50 Euro kostet und mit allen möglichen starken Funktionen bewirbt, heißt es nicht, dass man hier einen guten Schnapper machen kann. Meist bedeutet ein billiger Preis auch eine billige Qualität. Gerade bei Überwachungskameras, die ja ein so essentieller Bestandteil der eigenen Heimsicherheit darstellen sollen und welche auch über mehrere Jahre anhalten sollen, empfehlen wir wirklich auf Marken, Hersteller und Premium-Produkte zu achten. Deshalb haben wir euch in der Videobeschreibung mal drei starke Modelle empfohlen. Selbst das Einsteigermodell ist sehr hochwertig und nicht mit irgendwelchem China-Schrott, den man auf Alibaba für 30 Euro erhalten kann, zu vergleichen. Also an der Sicherheit bei der Überwachungskamera sollte man unserer Meinung nach nicht an der falschen Stelle sparen. Hier lohnt es sich, schon etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Zusammengefasst ist es vor allem wichtig, erst einmal herauszufinden, wie die Stromversorgung ablaufen soll. Hier sollte man auf die eigenen Fähigkeiten vor allem bei der Montage achten. Die Speicherung sollte so sicher wie möglich verfolgen, am besten über ein Hardwaregerät, welches sich im Haus befindet. Und dann ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass die Bildqualität stimmt, sowohl von der Auflösung als auch von der Sichtweite und Reichweite. Man möchte mit der Kamera jedes kleine Detail erkennen können, deshalb lohnt es sich hier in eine hochwertige Kamera zu investieren. Auch sollte man auf eine WLAN-Konnektivität achten, die so viele Möglichkeiten wie möglich bietet, sowohl bei der Kompatibilität mit dem eigenen Smartphone, mit anderen Kameras oder auch mit Home-System. Und zu guter Letzt sollte man insgesamt nicht am falschen Ende sparen. Überwachungskameras sind ein wichtiger Bestandteil der eigenen Heimsicherheit und sollten deshalb aus Premium-Modellen von Premium-Herstellern bestehen. Unsere Favoriten der drei Preisklassen von Überwachungskameras könnt ihr wie gesagt nun mal in der Videobeschreibung einsehen. Dort haben wir alle drei Modelle für euch verlinkt. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich konnten wir euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Wenn ja, würden wir uns nun sehr über eine Bewertung und ein Abo von euch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen Kamera.